Hallo ihr ekelhaften, es geht weiter mit Paper Mario 2, Paper Mario 2, Paper Mario 2, oder wie auch immer ihr das aussprechen wollt. Genau hier haben wir ein Gespräch und nun begeben wir uns zum Äonentor. Wir sehen uns Dorks. Okay, wenn ihr erstmal hier seid, dann seht ihr, mit der Wand stimmt was nicht. Hier benutzt er Rona, um sie wechseln zu müssen. Und dahinter behübt sich ein Schatz, mein Schatz. Und das ist euer Orden. Ein herzelerin P-Orden, die Kapitel deines Partners regenerieren sich langsam. Alles klar, wir sehen uns beim Äonentor. Bis gleich. I believe I can fly. Not. Alles klar, Leute, bevor ich zum Präst... Nein, ich will nicht, dass ich mir aufkomme. Bevor ich zum Präst gehe, will ich erstmal gucken, was hier ist, denn ich war hier noch nicht. Jumps. Und Flick und Sieg, Mario. Mal gucken, ob ich es schaffe. Mit der Tastatur ist es nämlich komisch. Oh, shit, 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 shit. Oh, das war sehr knapp. Und hier sind wir entscheidend. Okay. Und nun gehen wir uns zum Präst. Jetzt heißt es wieder Clip-Sack-Zeit. Also doch, Mario, jetzt ist er stehen, wenn er eine reihe. Yay! Awesome. Und irgendwie fehlen wieder einige Sounds. Aber das ist der Dolphin. Der Dolphin aktualisiert sich jedes Mal, aber trotzdem können sie nicht den Sound-Bug beheben von Paper Mario 2. Ich glaube, die kümmert sich eigentlich um andere Spiele, aber ist auch egal. Aber was mir aufgefallen ist, die Wii-Spiele, die laufen irgendwie besser als die Gamecube-Spiele. Wenn ich zum Beispiel Mario... Ähm, ich habe letztens Mario Galaxy 2 gespielt und es lief komplett flüssig. Ohne Grafikfehler. Und unsere Karte bekommt mal wieder ein Update. Oh, eine fliegende Insel. Das sieht ja interessant aus. Das ist unser nächstes Ziel. Und ein sehr geiles Kapitel. Yay! Auf der manchen Karte, wo du die Lager in der Saison schenken. Okay. Du hast Punkte im Gesicht. Willkommen, Pickel. Grüne Pickel. Das ist sicher der Ort, an dem wir uns das kicken. Oh Mann, ich mag deine Stimme nicht. Ich möchte jetzt extra ein anderes Party-Mitglied auswählen, damit ich eine andere Stimme benutzen kann. Hm, unter uns stümmern also die Ruinen vor einer langen, langen, was? Vor langer, langer Zeit zerstörten Stadt. Was du nicht sagst. Aber das wissen wir bereits. Und die vereinte Kraft der Sternenwählen hält das Tor seit ihr versiegelt. Um diese Siegel zu erbrechen, braucht man wieder die Kraft der Sternenwählen. Aber warum? Und alles in der Welt wohnt in den linken Jahren statt zu versiegeln. Warum habe ich so eine schöne Stimme? Egal, hält man, um ihn vor dem zu schützen? Nein, das muss geschehen, weil... Wohin? Weiß nicht! Nicht so heftig, Professurchen. Ähm, entschuldigt. Ich weiß nur, dass die Versignung des Schatzes und der Untergang der Stadt etwas zeitgleich stattgefunden haben müssen. Aber mir ist unklar, warum die Stadt runtergegangen ist. Die Quellen sprechen nur von einer Verpinsterung des Himmels und großen Unglück oder so. Es bedarf weiterer Forschungen, um mehr darüber herauszufinden. Wuhu! Schießt du gar nicht. W-was ist mit dem nächsten Sternenwählen, das ob der gerade eingezeichnet wurde? Hm, vermutlich ist dies ein Verweis auf die Stadt in den Wolken. Beidegarten. Ähm, es gibt dort eine große Arena, in der erbitterte Wettkämpferstadt sind. Will mitmachen, will mitmachen! Auf den ersten Blick wirkt die Stadt wie ein netter Vergnügungspark. Aber hinter den Kulissen betten die Reichen auf die Kämpfe der Kämpfer. Eine Stadt, eine Wolke! Du bist doch selber in der Wolke. Und gibt es auch einen Weg dorthin? Hm, ein Luftschiff ergibt mehrmals täglich zwischen Rolingen und Werkenheim. Allerdings ist es problematisch, ein Ticket dafür zu bekommen. Man kann es nicht einfach auf Normalwege kaufen. Aber irgendwie muss es doch möglich sein, ein Ticket zu bekommen. Oh ja, im Westen lebt El Palon. Vielleicht kann er ja etwas für euch tun. Westen ist das Gebiet westlich von Rolinger Marktplatz. Dort herrscht der Boss der örtlichen Mafia. Ein gewisser El Palon. Was, wir legen uns mit der Mafia an. Sind die aber Mafia? Ich habe Mafia 2 kurz durchgespielt. Man sagt immer, gelegentlich nach Falkenheim fliegen. Lass uns doch diesen El Palon einen Besuch abstatten. Das wäre gut, aber El Palon ist ein allerseits befürchteter Mafia-Boss. Er ist schlimmer als Don Saigiri. Außerdem lässt er sich so gut wie nie in Rechlichkeit blicken. Was für ein Pussy und das soll ein Mafia-Boss sein? Wobei, das ist eigentlich verständlich. Es wird also schwierig sein, ihn zu treffen. Okay, Westlich von ihr. Live El Palon wurde wieder heisst. Ein gefürchteter Mafia-Boss. Scheiße. Okay, und irgendwie läuft das Spiel langsam. Und seht mal, Leute, Luigi. Stell dir vor, ich war am Feuerwerk. Und da habe ich den Wunderkompass gefunden. Na ja, jedenfalls ein Teil davon. Luigi, du brauchst wirklich ein eigenes Spiel. Ein unglaubliches Abenteuer, wirkt mich. Soll ich dir davon erzählen? No! Als würde mich deine Geschichte interessieren. Was ist mit dir? Ich bin Gloom. Diese Bohnenstange erzählt nichts als Lügen. Als er mich gerade werfen wollte, ist er gestolpert. Und hat mich mitten in die Lava geschmissen. Dagegen bin ich also schokobronen Gerüst geworden. Meine Schneeweißeraut ist total versaut. Das werde ich ihm nie verzeihen. Meine Rache wird furchtbar sein. Nur deshalb bleibe ich... No, ne Warte mal. Du stehst doch direkt neben ihm. Ich bin ja ein bisschen irgendwie schwerhörig. Ja, irgendwie wängt das Spiel an zu legen. Deswegen werde ich hier speichern. Und soll starten. Mal gucken, ob es dann besser wird. Das klappt aber nicht. Okay, Leute. Gehen wir zur Mafia. Halt! Bleib weeeeg! Hast du ein Problem? Vorhin hat mich jemand angerempelt. Und meine Kontaktlinse ist runtergefallen. Ja, ist nicht mein Problem. Ich suche sie gerade. Mache jetzt nur keinen falschen Schritt. Ähm, darf ich vorbei? Ihr dürft euch auf keinen Fall bewegen. Bleibt, wo ihr seid. Ups. Oh, du hast draufgetreten. Meine Kontaktlinse. Ich habe euch doch gesagt. Macht nur keinen falschen Schritt. Hast du gar nicht? Das ist alles ein Gerücht. Das ist deine Schuld. Du wirst mir meine Kontaktlinse ersetzen. Hast du kapiert? Kauf mir eine neue. Wenn das so ist, wirst du sehen, was du davon hast. Bist du mir meine Kontaktlinse ersetzt hast, werde ich dich nicht nach Westen lassen. Willst du mich verarschen? Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir begeben uns zum Shop und vielleicht haben wir eine Kontaktlinse für uns. Habt ihr eine Kontaktlinse für uns? Willkommen im Laden Townsend Coopers. Was? Du möchtest eine Kontaktlinse kaufen? Wow, Mario musste nur ein paar Mal seinen Mund regen und schon weißt wieder, was er will. Einen Moment bitte. Ihr habt coole Schnurrbärte. Wow, was ist dieses Bowser-Item? Ich will es wissen. Ich bitte um Verzeihung, aber Kontaktlinsen haben wir momentan nicht vorrätig. Ich werde aber umgehend welche bestellen. Bitte komm später wieder. What is it? Bruchtiegel. Ruft einen Geist dabei, der die Gegner verjagt. So, okay, interessant. Habe ich Geld? Ähm, weiß ich gar nicht. Aber das Geld brauche ich ohnehin schon für was anderes, denn ich muss später vorbeikommen. Deswegen werde ich mich jetzt ausruhen im Tothaus. Und ich glaube, man muss sich im Tothaus ausruhen, soweit ich weiß. Und deswegen gehen wir hier hoch und schlafen eine Runde. Ähm, fünf Münzen. Ich habe keine Münzen. Warum ich? Warum ich? Okay, Leute, ich will ein paar Monster-Camps und dann kehren wir wieder zurück. Bis gleich. Ob es jemals ein Let's Playform gegeben wird, wo es keine Fels gibt? Ich glaube nicht. So, jetzt gucke ich verdammt nochmal aus. Mario jetzt schwarz. Schlaf, Mario, schlaf. Schwach? Schlaf. Wie auch immer. Ja, ja, ich habe gut geschlafen. So, und ich hoffe, dass die jetzt verdammt nochmal Kontaktlinsen haben. Weil sonst wäre das scheiße. Hallo, wir haben jetzt wieder Kontaktlinsen. Bitte schauen laut vorhin. Aber sag nicht, ich muss die mir jetzt kaufen. Nein. Bitte, nicht teuer. Nicht... Zehn. Was? Zehn Münzen. So, jetzt habe ich die verdammten Kontaktlinsen gekauft. Ihr gegeben und jetzt ist sie endlich weg. Meine Fresse. Wer auch immer sich die Mission mit den Kontaktlinsen ausgedacht hat. Du kannst mich mal weg. Wozu? Das war einfach nur darum, Geld aus den Flettern zu werfen. Dumm. Oh, glücklich. Du hast meine Kontaktlinsen. Du bist ein schnurrwitziges Arschloch. Aber danke. Okay, Leute. Was ist hier los? Der Boss hat mir ein Ladiat vertraut. Und wer sich hier unternehmen will, ist ein Blatt. Gernst du vor der Tür. Verstanden? Ich bin vor der Tür. Naja, wie dem auch sei. Leute, ich glaube, ich mache hier Schluss. Ich brauche eine kleine Besinnungspause. Okay, bis zum nächsten Mal bei Pippa Bario 2. Mein Gott, bist du eine fette Bombe.